So, wir machen heute folgendes. Ich habe hier eine Spardose und die werden wir heute einfach mal ein bisschen umgestalten. Ich wollte schon immer mal eine etwas größere Spardose haben, habe aber kein Motiv gefunden, was mir richtig zuspricht und eigentlich wollte ich nur was relativ Simples und da mir dieses Motiv nicht ganz so zusagt, werden wir es jetzt einfach umgestalten. Ich habe erst gedacht, vielleicht mit etwas Persönlichem, dass man Fotos drauf macht oder so, aber wir machen es heute ganz anders, wirklich ganz ganz simpel. Also ihr braucht dafür einfach nur so eine Spardose, also eine runde große Spardose und jetzt habe ich mir Glitzer-Tape gekauft. Ich habe mir Silbernes und Blaues gekauft. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden die Dose nicht zweifarbig zu machen, sondern einfarbig und wir werden jetzt einfach ganz ganz simpel dieses Glitzer-Tape hier über die runde Fläche drüber kleben. Das heißt wir starten hier oben ganz am Rand und kleben dann das Glitzer-Tape rundherum über die Dose. Und dann geht es weiter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020